Musik Es gibt Menschen, die empfinden ihr Leben, als ob sie es in einem Niemandsland leben würden. Eine Wüste, eine Einöde. Einsam, unwichtig, ohne Bedeutung, übersehen, abgelehnt. Im Niemandsland. In so einem Niemandsland herrscht eine sonderbare Form von Einsamkeit. Weißt du was, wenn das dich oder eine Person, die du kennst, betrifft, möchte ich dir zusprechen, bei Gott gibt es niemanden, der ein Niemand ist. Er hat jeden Menschen im Blick, liebt ihn, will sich ihm zuwenden, möchte in einer persönlichen Beziehung zu dieser Person stehen. Er möchte uns aus unserem Niemandsland herausholen. In dem Psalm finden wir das. Wenn es da heißt, das ist wie aus einem dürren Land, wir zu Gott rufen. Ein Land ohne Wasser, ein Niemandsland. Oder wie es hier heißt, in Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Es ist der Schrei von diesem Psalmisten, der einfach sagt, ich bin in einer Situation, wo ich schier verdurste. Ich brauche die Beziehung zu Gott. Es ist der Schrei aus so einem Niemandsland. Und Gott möchte uns begegnen. Er möchte uns vor sein Angesicht stellen. Und da ist folgende Situation. Er will uns erheben aus diesem Bereich, in dem wir sind und hineinstellen auf eine weite Ebene, wo er uns begegnen kann. Es gibt nichts, was eine Person mehr erhebt, als wenn sie die persönliche Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, hineintritt. Das ist das höchste Vorrecht, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und das möchte ich dir zusprechen. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Ein offenes Land, wo die Person ist und wo Gott ist. Raus aus dem Niemandsland. Streck dich nach Gott aus. Sag, Herr, hol mich heraus aus dem, wo ich hier bin, dieser Wüste. Ich möchte in das Land meiner Bestimmung, meiner Verheißung hineinkommen. Das Land, was du für mich bereitet hast. Raus aus dem Niemandsland und hinein in die lebendige Beziehung zu Gott. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017